Der Prolog von Urit vom 30. September Gedenken Der heilige Gregor der Leuchter, Bischof von Armenien, war Spross einer berühmten Familie, die mit dem persischen König Artaban und armenischen König Chosru Königshaus verwandt war. Als diese beiden Häuser gegeneinander Krieg führten, zog sich Gregor nach Caesarea in Kappadokien zurück. Dort erfuhr er zum ersten Mal vom christlichen Glauben, wurde getauft und heiratete. Er hatte zwei Söhne aus dieser Ehe namens Bardanes und Aristakis und weihte sie beide dem Dienst der Kirche. Nach dem Tod seiner Frau kehrte Gregor nach Armenien zurück und trat in den Dienst des Königs Tiridates. Er diente ihm treu und Tiridates liebte Gregor. Doch als der König erfuhr, dass Gregor Christ war, zürnte er sehr und drängte ihn, Christus zu verleugnen und Götzen anzubeten. Da er darin keinen Erfolg hatte, unterwarf Tiridates Gregors schweren Torturen, dann warf er ihn in eine tiefe Grube voller giftiger Reptilien, um ihn zu töten. Doch der allsehende Gott bewahrte Gregors Leben in der Grube volle 14 Jahre lang. Danach machte sich Tiridates daran, in seinem Königreich alle Christen zu verfolgen und stürmte ein Frauenkloster, in dem es einschließlich der Äbtissin Gaiana 37 Nonnen gab. Nachdem er sie alle durch furchtbare Torturen getötet hatte, verfiel Tiridates in Wahn und wurde wie ein wildes Tier. Seine Schwester hatte einen Traum, in dem ein Mann in blendenden Weißier sagte, Tiridates würde nur wieder gesund werden, wenn er Gregor aus der Grube befreite. Aus der Grube geholt, heiltet Gregor Tiridates und taufte ihn. Danach wurde Gregor auf Wunsch von Tiridates, durch Gottes Vorsehung half ihm Tiridates auch, ganz Armenien und die umliegenden Regionen mit dem christlichen Glauben zu erleuchten. Der heilige Gregor beendete sein irdisches Leben, das von großen Mühen erfüllt war, im hohen Alter ungefähr im Jahr 335. Inzwischen war sein Sohn Arustan zum Bischof geweiht worden und er setzte das Werk seines Vaters fort, sowohl körperlich als auch geistig. Arustan war einer der 318 heiligen Väter beim ersten ökumenischen Konzil. Die heiligen Märtyrerinnen, Gajana, Ripsime und 35 andere Nonnen. Sie wurden alle vom König Tiridates wegen ihres Glaubens an Christus getötet. Ripsime war von ungewöhnlicher Schönheit, wodurch sich Kaiser Diokletian versucht fühlte, sie zur Frau zu nehmen. Dies war der Grund ihres Martyriums. Ripsime lehnte es ab, sich dem Kaiser zu vermehlen, da sie sich mit ihrem Bräutigam Christus vermehlt hatte. Dann wurde Tiridates ebenfalls versucht, sie für sich zu beanspruchen, denn er war berauscht von ihrer Schönheit. Die heilige Ripsime widerstand dem heidnischen König mit aller Kraft. Und jener, der die Fürsten der Goten besiegt und dann die Perser unterworfen hatte, war nicht in der Lage, eine Jungfrau Christi zu überwinden. Der erzürnte König unterwarf sie grausamen Matern, ihre Zunge wurde herausgeschnitten, ihr Bauch aufgeschlitzt und ihre Eingeweide herausgerissen. Und Ripsime übergab Gott ihre Seele. Danach wurden die anderen Nonnen ergriffen und enthauptet. Das berühmte Kloster von Ehmiyazin wurde über den Reliquien dieser heiligen Märtyrerinnen erbaut. Bei Erivan gelegen, war es jahrhundertelang das geistige Zentrum Armeniens. Der heilige Michael, Metropolit von Kiew, wurde vom Patriarchen von Konstantinopel auf Ersuchen des Großfürsten Wladimir nach Russland gesandt, um das heidnische Volk zu taufen und die Kirche zu gründen und zu festigen. Der heilige Michael taufte das Volk in Kiew, Novgorod, Rostov und vielen anderen Städten. Er organisierte die Kirche, ernannte Bischöfe und Priester, legte den Grund für das Kloster des heiligen Michael in Kiew und sandte Missionare unter die Bulgaren und Tataren, wobei er viele für Christus gewann. Dieser Heilige vollbrachte all dies und noch vieles mehr von großem Nutzen in nur vier Jahren. Er ging in Frieden hinüber zu seinem Lohn im Jahr 992. Seine Reliquien ruhen im Kiewer Hüllenkloster. Lobeshymne Der heilige Gregor der Erleuchter Gregor war ein großes Licht für sein Volk und seine Nation. Er scheute Ehre und Ruhm um der Armut Christi des gekreuzigten Willen und bevorzugte den ewigen Reichtum im Himmel. Er erhob seinen Geist zum Himmel und die Gedanken zu Gott und er duldete viele körperliche Torturen, als wären sie schmerzlos. Er war stark durch die Kraft der Gnade Gottes und ernährt durch Gottes himmlische Nahrung und gewappnet gegen das Böse durch Gottes Vorsehung. Er wurde von seinem Ruhm herab in die Grube versenkt und aus der Grube wurde er in die Höhen erhoben. Die Höhen der ewigen Herrlichkeit Gregor groß und heilig erleuchtete Armenien mit Jesus. Sogar der wilde Eber Tiridatis wurde unter dem Kreuz getauft und wurde ein Lamm. Mit großer Herrlichkeit verherrlicht das Land Armenien seinen Wundertäter den heiligen Gregor. Betrachtung Seltsame Veränderungen geschehen im Schicksal der Menschen heutzutage genauso wie in früheren Zeiten. Jene, die sich um der Gerechtigkeit Gottes willen erniedrigt haben, werden zu großer Höhe erhoben und jene, die den Glauben Gottes verachten, wandeln sich in die Diener desselben Glaubens. König Tiridatis warf den heiligen Gregor in eine tiefe Grube, in der er 14 Jahre verbrachte, vergessen von der ganzen Welt, doch nicht vergessen von Gott. Wer unter den Menschen hätte sich vorstellen können, dass das größte Licht des armenischen Volkes in der Dunkelheit einer Grube zu finden sei. Und wer hätte sich jemals vorstellen können, dass der machtvolle und tyrannische König Tiridatis eines Tages das Leben dieses Gregor retten würde, den er zum Tode verurteilt hatte und ihm mehr Hilfe zukommen lassen würde, als die ganze Welt ihm geben könnte. Nach 14 Jahren wurde von Gott gezeigt, dass Gregor noch am Leben war und auf wundersame Weise heilte Gregor den wahnsinnigen König. König Tiridatis, ein rücksichtsloser Christenverfolger, wurde getauft und wurde der größte Eiferer für den christlichen Glauben. Man könnte sagen, dass durch Gottes Hilfe beide aus seiner tiefen Grube herausgeholt wurden. Gregor aus seiner körperlichen und Tiridatis aus seiner geistigen. O unendliche Weisheit Gottes, mit der er die Geschicke der Menschen führt. Der manchmal bestialische und leidenschaftliche Tiridatis wurde durch die Reue so sanft, dass er im Charakter nun dem Gregor mehr ähnelte, als jenem Menschen, der er selbst vor seiner Taufe gewesen war. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Rechtschaffenheit des Königs Jotham und über Gottes Belohnung. 2. Chroniken, Kapitel 27 Wie Jotham tat, was vor dem Herrn Recht ist und sich um Gottes Tempel kümmerte. Wie Gott ihm half und er erfolgreich im Krieg und im Frieden war. Im Krieg erlangte er den Sieg und im Frieden gewann er Reichtum und Stärke für sein Volk. Homilie Über das Reich, das nicht von dieser Welt ist Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes, Kapitel 18, Vers 38 Wer großen Reichtum besitzt, besitzt auch den Geringeren. Möge daher keiner denken, dass Christus, der Herr, nicht die königliche Macht über diese Welt besäße, weil er zu Pilatus sprach, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer das Bleibende besitzt, hat auch Macht über das Vergängliche. Der Herr spricht von seinem bleibenden Reich, unabhängig von Zeit und Verfall, Ungerechtigkeit, Täuschung und Tod. Einige könnten sagen, Mein Reichtum ist nicht auf Papier, sondern besteht im Gold. Doch besitzt derjenige, der Gold besitzt, nicht auch Papier? Der Herr sagt daher nicht zu Pilatus, dass er kein König sei, sondern im Gegenteil, dass er höher ist als alle Könige und sein Reich größer und stärker und beständiger als alle irdischen Reiche. Er bezieht sich auf sein übergeordnetes Reich, von dem alle Reiche in Zeit und Raum abhängen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diese Worte bedeuten nicht, dass er keine Macht über die Reiche dieser Welt besäße, sondern ganz im Gegenteil, sie betonen seine große Macht über diese Welt. Zeigen nicht all seine Werke auf Erden seine unnahbare, herrschaftliche Macht über diese Welt? Vor welchem anderen König sagte mir, beruhigt sich der Wind und glättet sich das Meer? Habt ihr seine Worte in Gethsemane vergessen, dass, wenn er wollte, zwölf Legionen Engel ihm zu Hilfe eilen würden? Matthäus 26, Vers 53 Und ein einziger Engel besitzt eine Macht, die größer ist als das Universum. Der Herr der Seele ist auch der Herr des Leibes. Der Herr der Ewigkeit ist auch der Herr der Zeit. Der Herr des größten Gutes ist auch der Herr des geringsten. Nichts, meine Brüder, kann der Macht Jesu Christi entkommen, unseres allmächtigen Herrn, der für uns seinem Willen gemäß litt und durch eigene Macht aus dem Grab auferstand. O Herr Jesus, unser allmächtiger Erlöser, hilf uns, dein himmlisches Reich zu suchen und mit dir auf ewig zu sein, dort, wo weder Sünde noch Tod ist, sondern Leben und Freude und Friede. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.